Hallo zusammen, willkommen zurück, hier ist Ann-Sophie und heute zeige ich euch einmal, wie ihr Apps von eurem Huawei P60 Pro löschen könnt. Wir suchen jetzt erstmal einfach nach der App, die wir löschen wollen. Vielleicht, weil wir die gar nicht benutzen, weil wir keinen Platz mehr haben für die, weil wir die nicht mögen. Irgendwas wird sein, weshalb ihr die loswerden wollt. Und dann klicken wir drauf, dann kommt das hier, deinstallieren. Wir haben auch gar keine andere Möglichkeit, da irgendwas anderes zu sagen. Wir sagen dann deinstallieren. Möchten wir das wirklich deinstallieren? Ja. Ja, und dann ist das auch deinstalliert. Wir können jetzt hier einmal gucken. Es ist nirgendwo mehr zu finden. Und wenn wir das Ganze wieder benutzen wollen, dann müssen wir es nochmal aus der App Gallery downloaden. Das ist also, wie ihr Apps von eurem Huawei P60 Pro löscht. Ich hoffe, es hat euch geholfen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!